Zack und zack. Und dann hätte ich eine vernünftige Treppe hier nach oben. So. Aber ich glaube, ich brauche noch eine, weil wenn ich jetzt hier die Decke reinziehe, ist das ein bisschen zu niedrig. Ich muss noch einen höher. Also brauche ich noch einen hiervon und drei davon. Zack und zack. Fünf. Uh, das ist aber gut getimt hier. So. Und einmal die sechs. Zack. Dann kann ich ab hier wieder anfangen mit dem nächsten. Mit der nächsten Etage, wofür ich dieses Holz benötige. So. Dann habe ich nämlich da später die nächste Etage. Wo dann mein Bett steht und vielleicht noch ein paar Kisten. Mache ich das so breit? Wie breit soll das denn? Ich mache das genauso breit, wie hier unten ist. Also bis hier noch zwei nach vorne. Ich glaube ich noch drei. Okay. So. Wir müssen mal gucken, ob man hier dann noch eine Fackel reinkriegt. Steine brauchen wir noch. Ui, ich muss mal wieder was trinken. Aber es geht so langsam aber sicher voran. Immerhin. Ich weiß noch nicht, mit welchem Holz ich dann oben baue. Baue ich dann ausschließlich mit dem da? Wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich hier noch ein Fenster rein. Wäre eigentlich auch mal eine Idee, ne? Wie groß ist eigentlich so ein Fenster? Und welche Fenster kann ich bauen? Wo waren die denn? Das waren Gates, Likes, Resources, Stations, Harvesting. Windows. Da haben wir sie doch. Die einfachen Holzdinger. 30 Wood brauchen die. Okay. Aber ich mache eins. Ist das jetzt so ein Javelin? Okay. Zack. Zack. 6. Und. Zack. Jetzt habe ich da so ein Video drin, das nach innen hin aufgeht. Oh, ist so nicht schlimm. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Naja. Lassen wir erstmal so da drin. Würde ich sagen. Tja. Und als nächstes brauchen wir Holz. Das Eisen könnte ich mal noch wegpacken. hier rein. Achso, ne. Daraus wollte ich ja Stahl machen, ne? Daraus mache ich mal noch Stahl. Dafür brauche ich... Ach, ich habe ja gar kein Öl mehr. Egal. Dann machen wir doch Eisen draus. Einen Cobblestone-Block habe ich jetzt noch. auf der 5. Dann baue ich den schon mal... Ach. Hier hin. So. So machen wir's. Kann ich mal nicht dann auch mal das andere Bett machen? Was braucht man denn für das bessere Bett eigentlich? Äh. Betten, 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 Betten. Da. Fluffy-Bett. Dafür braucht man... 200 Federn. 40 Wolle und 150 Wut. Das kriegen wir noch hin. Aber 200 Federn. Wie viel habe ich denn? Alter. 200 Federn. Ich habe 152. Okay, das geht ja noch. Dann kann ich ja... Hühner schlachten gehen. Dann machen wir noch mal die große Runde. Erst zu den Steinen. Dann zu den... Bäumen und zu den Hühnern. Und dann würde ich sagen, mache ich gleich mal eine Aufnahmepause. Ich muss ja auch noch schneiden. Jetzt haben wir... 2 Stunden 5 Minuten. Dann machen wir noch 15 Minuten. Machen wir die noch voll. Die Folge. Ansonsten wäre es ja nur eine Halbfolge. Ansonsten wäre es ja nur eine Halbfolge. Entschuldigung. Nicht mal mein Assistent reagiert. So schlecht war der. Egal. Die Steine sind wieder da. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich freue mir. Da ist das Pissdorf. Hm. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch mal hinziehen werden. Ins Dörfelein. Ins Dörfelein. Aber auf jeden Fall nicht mehr in diese Aufnahmesession. Ich werde schon müde vom ganzen Quatschen. Und bald geht es an die Stahlrüstung auch. Oh, das wird so geil. Das wird alles so geil. Ich war von der Battle-Axt. Finde ich sehr geil. Wuhu. Yeah. Okay, so kann ich... Ach, ich kann nur kurz immer... Also, ich kann nicht gedrückt halten. Ach, davon kriege ich dann hier den grünen Balken abgezogen. Je nachdem, wie oft ich, äh... Abblocken kann. Auch gut zu wissen. Es ist, glaube ich, meines Wissens das Kampfsystem aus Chivalry. Was ich leider auch noch nicht gespielt habe. Und ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr spielen werde. Ich glaube, so viel los ist da wahrscheinlich gar nicht mehr. Auf den Chivalry-Servern. Weil es ja jetzt auch schon ein ziemlich altes Spiel ist, ne? Muss man ja gerade die ganze Zeit ein Gen unterdrücken. Das ist ja fürchterlich. Gleich nochmal was trinken. 60, 70, 80, 90, 100. Stein, Stein, bitte sei mein. La, 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 la. Ich bin echt gespannt, was das hier noch wird. Die bauen ja ihre riesigen Gebäude. Aus Holz und Eisen. Gehe ich dann mit meiner kleinen Schmiede daneben. Vielleicht ziehen wir irgendwann mal noch eine Mauer drum rum, dass es wirklich so wie ein kleines Dorf aussieht. Ich bin mal gespannt. So, da hinten die Steine scheinen auch wieder da zu sein. Dann nehme ich mir die auch noch mit. Und jage dann vielleicht noch ein paar Hühner da auf dem Feld, wenn ich schon mal da bin. Guck mal, ob das funktioniert. Ich denke ja mal noch nicht, aber... Nein. Ah, die sind aber auch... Raffiniert, die Viecher, ne? Jetzt hab ich dich. 15 Schaden mach ich damit direkt. Das ist ja sauber. Treffen da tut ich aber trotzdem nicht. Das gibt's auch gar nicht. Hallo? Das gibt's doch einfach nicht. Ich treffe das Viecher, fand ich. Es soll leben. Es hat sich das Leben echt verdient. Das kann ja gleich lustig werden mit den Hühnern dann. Da ist eins. Machen wir das mal zuerst, wo ich schon mal gerade die Axt in der Hand habe. Wahrscheinlich ist die Axt auch nicht unbedingt dazu geeignet, Tiere zu jagen. Oh, das ging schnell. Ein Schlag ist jetzt ein Vieh, okay. Aber irgendwie kann ich damit die Viecher nicht wirklich ausnehmen. Okay. Dann nehmen wir das halt in die Spitzhacke, egal. Die Federn. Boah, dann krieg ich die schon nur noch in einer Schritt. Die Federn, na super, ey. Oh, viel mehr Federn. Und die Steine da hinten. Heu muss ich auch noch sammeln für das Dach. Wir sind ja bald so weit. Nur noch ein paar Mauern. Dann noch der zweite Stock. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich möchte den überragen lassen. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da immer noch nicht so genau, wie ich das machen möchte. Aber das wäre auch eine Sensation, wenn ich mal was wissen würde. Irgendwie kommt dieser eine Stein dann nie nach, ne? Die war beim letzten Mal farm schon nicht da. Was sage ich mit dem König? Kann ich jetzt endlich mal meine Steinspende haben? Da habe ich noch was geschrieben. Wenn man lieber spielt, meines Wissens habe ich auch. Doch sind die Steinminen zur Not nur den Weg herab am Nargosch-Eigentum vorbei. Ja, das weiß ich doch. Wo die Steinminen sind. Aber ich bin zu faul, mir das selber zu holen, Mann. Kapier das doch. Der hält die ein bisschen komisch, ne? Die Axt. So sieht lustiger aus. Obwohl er dann nochmal... Oh, yeah. Oh. Yeah. Haha. Sieht schon leicht cool aus. So, ich mache jetzt erstmal die Steine. Glaube ich. Dann mache ich erst die Cobblestones, ziehe noch ein bisschen die Wände. Weil Wood braucht man ja gar nicht mehr so viel. Alter, wie hoch zieht der das denn da noch? Ach, ich glaube, ich baute ja ein Dach. Okay. Das ist aber komisch. Dafür gibt es doch extra... ...die schrägen... ...Blöcke. Herr Nargosch. Achso, die wird er dann wahrscheinlich noch da draufsetzen. Okay. Habt das Prinzip verstanden. Hier muss doch noch ein Stein drunter, auf jeden Fall. So, das ist gekonkert. Das ist schön. Hier wollte ich hin. Kommst du uns, kommst du uns, kommst du uns. So viele, wie ich kann, bitte. Das wären dann genau 40. Achso, ein bisschen Holz brauchen wir noch für die Lockblocks, genau. Dann brauchen wir doch noch ein bisschen Holz. Das sammeln wir mal noch da oben. Helfen wir mal dem König. Ja, der König. Okay, der hat aber ne komische... ...Angst nur. Mich wundert ist, dass ich so... ...äh, selten nach... ...Wertzeug gefragt werde und sowas. Irgendwie wollen die das doch alles selber machen. Oh no, sollen sie halt, ne? Kann ich mich wenigstens darum kümmern, die Schmiede von dem Vieh aufzubauen? Erstmal. Ups, kleiner Leck. Hab ich ab und zu mal. Könnte an mir liegen, könnte an mir selber liegen. Ich weiß es nicht. Wenn ich ehrlich bin. So, den Baum schlage ich auch noch eben ab. Wenn die Bäume nicht nachwachsen, dann wird es aber hier eine ziemlich freie Fläche noch werden. Regen? Ne, kann ich nicht. Das findet jetzt ja her an zu Regen. So. Könnte ja mal die Tür zu machen hier, ne? Die sind fertig. Dann brauche ich jetzt die Lock Blocks. Ich mache mal... Drei brauche ich pro Seite immer, ne? Ach, ich kann nur sechs machen. Das ist ja... Das ist ja schwierig. Ist das ja... Wie mache ich das denn jetzt mal hier am besten? Wie sieht es denn am schönsten aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Dann mache ich drei. Eins, zwei, drei. So, ach. Die Lock Blocks wollte ich dort da hinsetzen. So. Eins, zwei, drei. Dann machen wir... Eins, zwei, drei. Hoppala. Vier wollte ich. Zack. Und dann machen wir noch... Eins, zwei. Ach, dann sind da nur zwei. Dann lassen wir da vier frei. Machen das so und so. Wobei das dann auch wegkommt. Hier soll bitte auch noch einer drunter. Ich weiß nur nicht, wie ich es hinkriegen soll. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Obwohl ich finde, dass es doof aussieht. Da kommt sowieso dann auch noch Lock Block hin. Fällt mir gerade ein. Dann ist das auch Quatsch. Der kommt nämlich hier hin. Und dann habe ich von da aus... Eins, zwei, drei. Dann machen wir von hier aus auch eins, zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Und dann... So, und hier zwei. Genau so bauen wir es. Ach, hier habe ich vier. Eins, zwei, drei, vier, ne? Ich könnte dann da ein Doppelfenster lassen. Wenn ich so hoch baue... ...mit Lock Blocks... ...die ich jetzt hier wieder habe... ...könnte ich theoretisch so machen. ...dann lasse ich da ein Doppelfenster frei. Und hier kommt dann kein Fenster rein. Eins, zwei, drei. Dann habe ich schon keine Lock Blocks mehr. Aber könnte noch hier das... ...in Cobblestones weiterbauen. Hier lasse ich ein Doppelfenster frei. Und da kommt dann wieder Lock Blocks hin. So, 27... ...dann komme ich jetzt hier noch irgendwie durch. Ah, da komme ich. 27 Cobblestones habe ich noch. Dann kann ich hier zumindest schon mal weiterbauen. Bis hier. ...dann lasse ich dann hier noch ein Fenster. Zumindest eins vielleicht. Dann kann ich jetzt auch mal hier die Lock Blocks... Achso, dann komme ich hier wieder an Mauer hin. Ah, Mist. Das wollte ich nicht. Fünf. Okay, hier wieder Mauer hin. Sonst muss ich hier mal gucken. Äh, das lohnt sich nicht, da irgendwie eine Struktur reinzubauen, oder? Eins, zwei, zack, eins, zwei. Da könnte man hier noch Lock Blocks rüberziehen. So, dann kommt hier wieder ein Lock Block hin. So, und so. Sind los! Brüllen da so rum. Drei. Vier. Und fünf. Hier geht keiner mehr. Dann kann ich hier weiterbauen. Und schon sind die Cobblestones wieder alle. Das gibt's doch gar nicht, ey. Aber. Nicht nur die Cobblestones sind alle auch... ...die Folge. Wir sind bei 2 Stunden 20 fast angelangt. Tja, das ist jetzt... ...das Gebäude, was wir geschafft haben in fast zweieinhalb Stunden. Eigentlich schon ein bisschen lächerlich, aber... Ihr seht, es braucht echt viel Ressourcen, hier ein Haus zu bauen. Vielleicht werde ich jetzt noch ein bisschen, ähm... ...Offscreen farmen. Noch ein bisschen Holz farmen gehen. Und so. Und dann hoffe ich... ...ir habt echt genauso viel Spaß an dem Projekt, wie... ...ich es im Moment habe. Ich denke mal, hier wird sich noch ein bisschen was tun, was Roleplay angeht. Ein paar mehr Spieler werden sich wohl noch finden lassen hier. Und ansonsten... Ja. Kennt ihr mich ja, ne? Wünscht ihr euch einen schönen Tag. Sagt Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Euer Ben. Ciao.